Es gibt nichts mehr. Das geht schief. Oder auch nicht. Was ist denn Glück, ey? Was ist denn Glück, ey? Was ist denn Glück, ey? Malik! Diesen Angriff kenne ich schon. Hoffentlich kann er diesem Wesen standhalten. Naja, hoffentlich, ey. Wie hab ich keine... Fuck. Hm. Hm. Komm ich überhaupt wieder hoch? Ja, komm ich. Ich dachte gerade schon. Der war jetzt wieder zu dämlich. War... Nein, hab ich's geschafft. Gib mir Energie. Scheiße. Tschüss, Akkophag. Wo ist der hin? Tja. Wie fand Zauberer rein? Ach, da hör ich schon wieder so'n Zauberer, Harry. Ja, da ist auch schon. Nix da, mein Freund. Oh Gott. Und wieder Wasser auf... Auf Wunder. Oh Gott. Noch mehr Wasser. Das ist alles ein wenig tricky. Ach, da muss ich... Boah, fuck. Ah, den hab ich gar nicht gesehen dahinter. Ich bruch dringend Energie. Aber es ist gespeichert. Was, wenn du in der Wand in der Länge läufst? Ja, weißt du, kannst du... Fuck. Fuck. Manchmal ist das so knapp. Manchmal ist das einfach echt so knapp. Ach, komm. Ja. Wie soll ich das denn sonst machen? Noch knapper vielleicht. Komm. Mach weg einfach. Arschloch. Weil der ist auch irgendwie nur zum Springen da, der Typ, ne? Ganz ehrlich. Fuck it. Hä? Ja, genau. Ach, das ist doch nicht wahr. Was ist das für ein Scheiß? Was? Ja, komm! Jetzt willst du nicht mehr das machen oder was? Was ist das für ein Scheiß? Sorry. Ich bin grad ein bisschen ruhiger. Ich weiß. Weil ich mich grad versuche zu konzentrieren. Boah. Ey. Also langsam wird das hier echt nicht mehr... Abschaffung. freaking不用 taxes hier. Und alle drei und da kommt überall einer Kki raus! No, es ist keine einzige Einzige, ja genau! Und alle drei und da kommt überall eine Kki raus! Ja, einmal versagt, aber für Verbrauch ich nix Ach du Jemine Wasser, wie kommt das nur? Ich war halt Wasser. Ach komm schon Kaum beherrscht den neuen Zaubertricks, schon muss er ihn überall unter Beweis stellen Aber wirklich überall Ach fuck Irgendwo ist so ein scheiß Heini Ja ich weiß, dass du da bist, ich weiß noch nicht genau wo Am nächsten Savepoint möchte ich gerne aufhören Sehr schön richtigen erwischt Wäre ja doof wenn ich den falschen erwischen würde Aber wo ist der Typ jetzt schon wieder? Ja Ja Er trifft mich vorausschauend Ach komm Ne 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 ohne mich Komm her Jetzt kommt ihr in der Reihe Erstmal du Oh Opa Was soll das denn? Opa Jetzt wäre ich dabei einfach runter gesprungen Oh nein Oh nein Oh war das knapp aber egal ich hab's geschafft Ich hab doch gedrückt Ich hab doch gedrückt Ich hab doch gedrückt Das fand ich jetzt nicht fair Na egal Ich seh nix Doch jetzt sehe ich was Hallo? Springen ist erwünscht Boah Boah diese schießenden Kugeln Die gehen in die echteren Ja Noch hat Zeit Oh fuck Äh das hat sich nicht gut gelaufen Oh ho ho Wohin denn? Glaub ich Okay ich hatte recht Es hätte jetzt auch gut schief gehen können Da war ich mir jetzt nicht ganz so wirklich sicher Oh ne Ja okay das ging schnell Dann hat sich das auch Ja Ich dachte jetzt wollte ich mir Probleme machen Zack ah 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 Nein Ist ja noch einer Zack Ach der ist schon tot Was? Ach komm jetzt wollte er mich doch hier verarschen Alter Zack Ach das kommt doch schon wieder einer Hey Freund Fall mal da runter Thanks Ja und dann treffen die mich während ich in irgendeiner komischen Cutscene drin hänge Ist klar Wenn man sonst nichts zu tun hat Ja Wenn man sonst nichts zu tun hat Ja Gut gespeichert ist sehr schön Ich glaube ich hätte mich jetzt dann hier Ja aufhören Wir sehen uns hier ist das mal wieder Oder warte ich Na Oh co ho 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 Spaß die Wann Nee ich mach Doch Ich mach es nicht mal weiter bis ein bisschen Wie ist eure Heli Vielen Dank.